Buongiorno Skillati und willkommen zurück auf Skills4Millennial. Ich weiß, wir haben seit langer Zeit nichts mehr gepostet. Ich hatte einen neuen Job, neue Lebensumstände, hatten wir keine Zeit, Videos zu drehen, aber jetzt sind Ferien, wir sind zu Hause und es geht mal was Neues. Heute Hauptdarsteller ist Fenchel. Wir machen wieder ein leckeres Abendessen rettende italienisches Rezept. Fangen wir an. Wie ich sagte, das Hauptzutat von heute ist Fenchel und ja, Fenchel kann man essen. Es ist mir bewusst geworden, wie wenig Fenchel gegessen wird in Deutschland. Am Weihnachten, als meine Schwiegermutter einen Fenchel-Salat gegessen hat hier und sagte, oh, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich Fenchel esse. In Italien essen wir Fenchel entweder roh oder gekocht und heute essen wir es Fenchel in ein Grazin, also gekocht. Mega lecker und super einfach zu machen. Als allererster bereiten wir das Gemüse vor und zwar wir schneiden das Fenchel in kleine Stücke und ich habe auch Kartoffeln, wie man sieht, schon kurz vor Leben. Ich werde die schälen und auch in Scheibe schneiden, denn sie gehören zu einem Gratin dazu. In den Fenchel, es ist wichtig, diesen zentralen Teil zu entfernen, der ist ziemlich hart und nicht so lecker. Alles andere kann eigentlich gegessen werden, inklusive die Blätter. Man kann wunderbar einen Tee machen. Und Fenchel-Tee ist diuretisch, das heißt, das ist sehr schön. Es ist gut, wenn man auf Toilette gehen muss, will. Und es ist auch wohltuende, wenn man zu viel gegessen hat, für die Verdauung. Und es ist auch leicht süßlich. Ich mag es sehr, Fenchel-Tee. Und wenn ich sowas habe, mache ich mir immer frisches Tee. Die Stücke brauchen jetzt nicht zu klein oder zu genau zu sein. Es ist nur wichtig, diese zentrale Teil entfernt zu haben. Und wenn ihr Fenchel lieber roh esst, und ich gehöre eigentlich auch zu den Leuten, die lieber Fenchel roh essen, ich verlinke hier ein altes Video von uns. Das ist ein typisches sizilianisches Salat mit Fenchel. Sehr, sehr gut für den Winter, weil das gehören auch Orangen dazu. Und wahrscheinlich werden wir demnächst auch mal noch was mit Fenchel machen. Denn es ist eine super leckere und vielfältige Gemüse. Wir haben hier unser Fenchel. Und ich bereite jetzt noch die Kartoffel. Das ist jetzt wirklich kein Hexenwerk in den Kartoffeln. Einfach schälen und schneiden. Wir schneiden jetzt die Kartoffeln in dünne Scheibe. Das ist nicht zu dünn, aber so ein halber Zentimeter. Ungefähr. 2-3 Millimeter. Und natürlich tun wir dann die Scheibe in kaltes Wasser, damit ein bisschen von der Stärke weggeht. Und die Bässe in Form bleiben. Wenn ihr hier seid und noch nicht diesen wunderbaren Kanal abonniert habt, das ist der absolute richtige Moment, um das zu tun. Und vielleicht auch die Glocke aktivieren. Und wenn ihr noch nie Fenchel gegessen habt, schreibt mal bitte in den Kommentaren. Oder falls ihr lieber rohes Fenchel als gekochte Fenchel möcht, auch. Also ein kleiner Kommentar hilft uns viel weiter. Und nicht vergessen, abonnieren und Glocken. Kartoffeln und Fenchel gehen jetzt getrennte Wege. Und zwar die Kartoffeln werden natürlich in kaltes Wasser getan und ungefähr 10 Minuten gekocht, bis sie weich sind. Und wir schmoren das Fenchel in Butter und Salz ein bisschen, bis es etwas braun geworden ist und etwas weicher geworden ist. Unser Fenchel ist jetzt fertig. Wie ihr gesehen habt, es hat angefangen, eine kleine Bräune zu nehmen. Muss noch bis fett sein, weil sonst ist es nur Matschepappe. Und deswegen machen wir das jetzt aus und warten, bis auch die Kartoffeln fertig sind. Skillati. Sobald die Kartoffeln fertig sind und das Fenchel, ist es schon Zeit, diese Gratin zu schichten. Gratin ohne Béchamel. Der klassische Fenchelgratin ist mit Béchamel, aber ich habe so ein Kindertrauma damit. Meine Tante hat das gemacht und sie kann wirklich nicht kochen. Ich fand es mega eklig und deswegen ist mir diese Variante lieber. Backofener unter 60 und wir fangen an mit ein bisschen Butter. Einfach hier für für die Form. Und da kommt das Fenchel. Das originale Rezept ist ohne Kartoffeln, aber die Empfehlung ist es mit gekochten Kartoffeln zu essen. Also habe ich mir gedacht, mache ich mir alles zusammen. Schmeckt bestimmt besser. Und dann einfach die Kartoffel drauf. Ich habe mir ein paar zu viel gemacht. Egal, da meine Kinder nie leben, dass sie essen werden. Aber mir ein bisschen Kartoffelförde an. Und dann, wenn jedes gute italienische Rezept kommt, etwas um das Geschmack aufzupöpfen. In diesem Fall Mozzarella. Wir nehmen hier heute zwei. Das, was wir heute kochen, sind zwei bis drei Portionen. Wenn man das als wirklich Einzelgericht für ein Abendessen, kann man sagen, das sind zwei Portionen. Und das besondere Twist ist von Eier gegeben. Die kommen einfach so roh drauf und die werden natürlich gar, als die im Backofen kommen. Aufpassen, die nicht kaputt zu machen. Also das Gelbe nicht kaputt zu machen. Noch keine Schale. Und natürlich zum Schluss eine gute Menge Parmesan darf nicht fehlen. Um das Ganze Geschmack und Farbe zu geben. Und das Ganze kommt jetzt im Backofen. Jetzt nicht besonders lange. Denn es ist schon alles vorgekocht. Wir müssen warten, bis die Eier gar sind und die Mozzarella gut geschmolzen. Und die letzten Minuten, wenn ihr eine schöne Krüste haben wollt, wie immer, kann man gerne die Grillfunktion benutzen. Das muss aber nicht. Absolute Geschmackssache. Ab im Backofen bei unter 60 Grad. Der Grazin ist gratiniert. Nur noch ein auch frisches Pfeffer dazu. Und es ist ready to go. Wie ihr bemerkt habt, ich habe absolut keine Menge gegeben für dieses Rezept. Denn es ist Geschmackssache. Ich habe anderthalb Pfennschel benutzt. Habt ihr zwei? Benutzt zwei. Fünf Kartoffeln. Wollt ihr mehr Kartoffeln? Es ist eigentlich egal. Hauptsache ungefähr, da sind die Zutaten. Habt ihr kein Parmesan? Wollt ihr Gouda drüber? Es ist auch egal. Schmecken tut es trotzdem. Und das machen wir gleich, wenn die Temperaturen ein bisschen sich reduziert haben. Der Moment der Wahrheit ist gekommen und ausnahmweise die Temperaturen werde mich erlauben, es zu essen, ohne mich zu verbrennen. Sehr lecker. Das Pfennschel ist noch knackig. Ist ein bisschen, bisschen crunchy. Und gibt die Süße, wie es sich gehört, dann das Milde der Kartoffeln und das salzige, kräftige von den Mozzarella und den Käsen. Passt sehr, sehr gut zusammen. Das Pfennschel dominiert nicht so sehr. Wie ihr seht, super einfach zu machen. Perfettes Abendessen ist alles drin. Gemüse, Kartoffeln und Eiweiß. Wir sehen uns wieder hier auf Skills to Millennial. Very, very soon. Ciao. Bis zum nächsten Mal.